Dann... Freifluss ist auf der Karte. Ach, genau in Falls End. Ja, dann weißt du ja schon mal, was wir machen. Gut, das wird nicht funktionieren. Das ist auch wieder wahr. Ich fahr auf 300 Meter hin oder so und dann lass ich ihn doch nicht stehen. Ja, stimmt. Okay. Viel Spaß. Ähm. Alles gut? Ja, ja, ich bin da. Hey. Habt ihr nur getroffen. Noch ein bisschen Randalen. Sau gut, Alter. Das ist so ein Spiel, das ich gerade sehr, sehr mag, weil wir einfach auf der Ladefläche stehen können. Also ich in dem Fall. Und wir einfach Gas geben. Ja, moin, hallo. Ja, moin, hallo. Halt's Maul. Ähm. Warte mal, warte mal. Entfer. Sorry. Eierfeier Mission fehlgeschlagen. Ist egal. Ach nein. Boah. Dieses Spiel. Jetzt muss halt nochmal der Wagen despawnen, deswegen machen wir ein Ladebildschirm rein. Muss ich den jetzt abliefern, oder was? Nee, hoffen nicht. Ahhhh. Halt's Scheu. Okay, nee, warte. Du kannst, glaub ich, rausgehen mit Escape, oder so, ne? Kann ich die Mission nicht ablöchen, ja. Jo. Boah. Groben. Nach Falls End kommen wir ja so nicht rein. Ah, ja. Na ja. Kann ich mich verraschen? Was denn? Nein, ich betrete diese Scheune jetzt nicht. Kannst du das Missionsziel wechseln? Oh. Ah, guck mal, hier ist ein Auto. Das können wir gerade nehmen, weil wir müssen schon ein Stückchen. Was war das? Was war das? Warte mal, wir müssen doch hier hinten eingestiegen. Ich bin einfach drauf gesprungen. Ah. Das reißt vollkommen saugut gemacht. Jo. Ich bin mal weg. Mal schauen, ob ich den einhole. Links kommen Gegner jetzt, ne? Ja, ja. Die lassen wir mal liegen. Ja. Hier Überholmanöver. Warte. Ja, Schuhmacher, ha? Und du stehst noch am Ende drauf, was ich sehr geil finde. Ähm, hast du grad geballert? Okay, dann. Ich bin gleich Deck. Wir kündigen uns an und dann holen wir uns den Typen mal auf zur Kirche. Ich sehe keine Gegner. Bist du Gegner? Da ist jemand. Na ja, was ist ein normaler? Das ist ein ganz normaler nicht. Ähm. Nico. Sag ja. Das ist doch kein alter Typ. Und das ist doch der Pater. Nee, oder? Der hat uns gerettet. Das ist nicht der Pater, das ist ein anderer. Der Pater sieht ein bisschen anders aus, glaube ich. Dann, Nico. Es ist dein Turn. Au. Viel Spaß. Siehst du das auch so wie ich? Mhm. Hallo, John. Nein. Halt still. Ich möchte je zu uns schreiben. Nicht kaum. Die Sünde. Die Sünde muss bekannt sein, um vergeben zu werden. Denn verbergen wir unsere Sünde. Verbergen wir uns selbst. Du wirst dich nicht länger verbergen. Du wirst dich nicht länger verbergen. Dein wahres Weg. Er gießt. Sich über den Boden, damit alle es sehen. Ah. Perfekt. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, bringen wir den Berg zum Propheten. Fangen wir an! Ah ja, da ist der Pater. Mhm. Ich dachte, ein bekanntes Gesicht machte die Entsühnung leichter. Liebe Gläubige. Wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Wir wollen das gleich zu 100 Punkte aufnehmen. Du elendes Schwein. Ah! Ah, 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 ah. Versuchen wir es noch mal. Ah! Ah! Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Liebe Gläubige. Wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Wie die willigen Buße für ihre Sünden tun. Legst du, Nick Rye, deine Hand auf das Wort von Joseph. Legst du, Nick Rye, deine Hand auf das Wort von Joseph. Fick dich! Nee, ich unterwerf mich niemals diesem Psychopathen. Und da ist sie. Gier. Du denkst immer nur an dich selbst. Nick. Ja. Nee, ich tue, Buse. Das ist die Macht des Jachs. Die Macht, die deine Sünden abnimmt. Die Macht, die ich verfreue. Das ist die Giebe. Ich denke, ich höre schon die ganze Zeit. Ich höre schon die ganze Zeit. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Sag ja. Es ist nur ein Wort. Sag nein. Nico? Was ist? Sag nein. Sag nein. Also ich sage nichts. Willst du, dass der Pater stirbt? Okay, was mache ich jetzt? Sag! Keine Ahnung! Der arme Pater! Ich habe gerade gedrückt. Jetzt sag ja. Nico, der Pater wird sterben. Sag jetzt ja. Ja, Mann! Okay. Ich bin an deiner Seite. Die sind beide weg. Draußen sind nur noch welche. Ja. Komma Bunga! Nicht mit mir. Ich habe eine von uns angeschossen. gerade. Nico, gib mir Deckung. Ich seh nix, ich seh nix. Tschüss! Wo ist der andere? Da! Ab ihn! Uff! Der Spaß ist noch nicht vorbei. Auf gehts! Gib Gas! Hä, ich bin oben! Ja! Ach so, ja, ja. Wo bist du? Ich bin unter dir. Ach so. Jetzt bin ich vorne. Sehr schön. Ich gebe dir die Möglichkeit, dich auszutoben. Du bist dort das bessere Geschütz. Sehr gut. Linke Seite. Ich glaube, du musst dich um den Flugtypen kümmern, oder? Ich krieg keinen Flugtypen. Ich hör nämlich schon los. Der dreht ab. Den kriegst du. Da kommt der Flugtypi. Fuck. Ich krieg den nicht. Das sind sogar... Fuck, ich krieg den nicht. Oh! Moin! Ja gut, die sind weg. Ich kümmere mich um die am Boden. Wo ist dieses Flugzeug? Das fliegt gerade über uns. Ja. Das ist auch ein Scherzgeks. Halt drauf! Mach' ich, mach' ich, mach' ich. Das ist gar nicht mal so einfach, ne? Ich hoffe, der hat keinen Bock mehr. Okay, der Typ auf dem Boden ist weg. Ah, fuck. Warum wendet die denn jetzt? So krieg ich die Flieger auch nicht. Nee, der kommt nicht mehr. Beide kommen nicht. Oh, vor uns? Ah, hier. Der ist hier. Da oben sind noch zwei. Ich guck' hinter uns. Oh nein, wir müssen den mit dem Flugzeug abholen. Das wird doch mal lustig. Okay, da ist keiner. Okay. Oh, 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 oh. Nico, gleich geht's ab im Flugzeug, ne? Mhm. Da ist ein Flieger. Es sind zwei Flieger hier. Jeder kriegt einen. Ich nehm' den im Hangar. Oh, stopp' doch mal. Und ich habe dich vergessen. Tschüss. Hast du den? Was? Welchen? Welchen? Ach, den muss ich nicht. Nein. Ja. Ja, toll. Nee. Nein. 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 Nicht. Da feuern nämlich Typen. Und das Ding ist gleich kaputt. Und ich bin gleich tot. Ja. Kannst du mir helfen? Und hoch. Uff. Okay. Irgendwo munnen. Moment. Jemand muss alleine fliegen. Weil die Frau nämlich noch in der Kabine hockt. Kommt noch ein Gegner. Den kriegst du. Ich nehm' Ah. Geht's auch. Moment mal. Ich geh mich nochmal rückwärts. Ah, jetzt. Ich bin nämlich irgendwie hängen geblieben gerade. Ja. Du musst alleine. Was er ist. Oder du fliegst hier. Mit dir. Mit deinem. Äh. Coach hinten. Ich versuch das Ding nochmal kurz zu reparieren. Nee. Da ist nämlich noch jemand hinter mir. Sagt nicht. Hä? Echt nicht? Ja gut. Done. Okay. Dann holen wir uns den Typen jetzt. Okay. Ich weiß jetzt immer wieder, wie man schießt. Uiuiuiuiui, ich hab gedacht, die würden nämlich mitfliegen. Die ist ja ausgestiegen. Sehr gut. Mit zwei Fliegern ist das halt ein bisschen einfacher, aber... Aber ich kann nicht fliegen deswegen. Ja okay, gut. Dann packen wir das. Ich versuche den jetzt schon mal so ein bisschen anzufixen und da ist er ja. Vorsicht, er fliegt jetzt, jetzt kannst du feuern. Alles gut, jetzt ach, Vorsicht, ich drehe, komm her Baby, wo bist du denn da? Ah, komm, jetzt, okay, der ist fertig, der stürzt ab, hab den gerade noch mit Raketen getroffen, auf geht's hinterher, wir müssen den jetzt kriegen, uff, okay. Abspringen? Ja, geht am schnellsten, uff, jetzt folgen wir dem ganz unauffällig. Kann ich den nicht von hier schon mal schießen? Ja, ich versuch's gerade. Okay, ich hab den gerade in der Luft erwischt. Ja, wobei ich wollte auch Gas. Achso, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man den auch in der Luft abkriegen kann. Weil bei mir ist er mit dem Flugzeug so runter geflogen, dass er gleich quasi, ja, keine Chance mehr hatte. Okay. Ja. 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 Ist alles gut. Jungsfund, eine kleine Info. In den Läden gibt es neue Ausrüstung. Vielleicht ist etwas für dich dabei. Das ist Bullshit. Ich bin raus. Steigst du ein? Achso, du bist auch weg. Ja, komm hoch. Wie lange hast du noch? Wie, wie lange habe ich noch? So zeitmäßig? Zeit. Hier ist so zwei. Ich weiß nicht, wie lange hast du? Vorsicht, Bär hinter dir. Leck mich doch, ey. Alter, der frisst so viel. Okay, danke, Bär. Jetzt habe ich keine Munition mehr, Alter. Ja, wie sieht es denn auch aus? Kommst du mit? Wie lange hast du noch? Warte bitte, warte bitte. Wie lange hast du überhaupt hier? Hat eh keiner mehr zu? Ja. Hast du noch ein bisschen Forest zu spielen? Ja, schon. Das können wir gerne machen. Na dann. Weil dann streamt. Dann streamt ruckelt nämlich auch ein bisschen. Okay. Ja, das hat halt alles nur zu hängen. Ich habe es immer wieder gesehen, so zwei, drei Zuschauer, aber. Ja, ja, aber das ruckelt viel zu arg. Ich sehe das immer wieder mal. Weiß mal nicht. Der Tag. Bist offline, ne? Ich habe dieses Ruckeln, ja, ja. Ich habe dieses Ruckeln sonst nie. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.